Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die. Hallo, hat man mich letztendlich mal gehört? Diesmal hat man deine zarte, liebliche, wunderschöne Stimme gehört. Engelsstimme. Deine engelsgleiche, das klingt wie eine Symphonie eines Orchesters. Ja, wir wollen heute ein bisschen, was machen wir denn? Sammelpunkt Vorräte zurückbringen, also eine Quest machen. Mal schauen, was uns da erwartet. Hier war ich jetzt schon. Ähm, die Quest ist aber da hinten, ne? Ja. Ich muss jetzt was trinken. Hast du das Dixie kaputt gemacht, oder war das schon? Das war schon, ich muss mal kurz weg. Okay. Kann man da durchfahren? Bestimmt, ne? Ich bin zu fett. Hm. Ne, warte, ja, der Anschlagwinkel. Ja, mathematische Gleichung. Wenn wir da eine Parabel ansetzen. Naja. Besser schlecht als, äh, aber, naja, immerhin durchgekommen, ne? Gut, dann müssen wir eben noch einen kleinen Moment auf Jasmin warten. Ah, da komm ich nicht hoch. Ah, da komm ich nicht hoch. da komm ich nicht hoch. So. Können wir uns ja mal reinschleichen? Das ist ja nicht hoch. Ah, da komm ich nicht hoch. Ah. 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 So, der ist weg. War das jetzt von ihm oder ist da noch einer drinnen? So, was haben wir denn hier? Eisen, Holz. Da nehmen wir alles mit, ne? So, Loot ist wieder da. Oh Gott, wieso haben wir denn so viele Polizisten hier? Ist aber ein sicheres Viertel. Okay. Pocka doch mal ein bisschen. Boah, voll in die Visage. Oh, jetzt habe ich verrissen. Reicht's mir aber hier. Du olles Ferkel. So, Sneaky Peaky wollten wir durchgehen, ne? Mais haben wir gehabt. Aber so wirklich ist, glaube ich, noch nicht wieder was da. Mais. Mais. Ampel. Ach, hier war ja noch der Hauptloot, ne? Ma'am, bleiben Sie bitte auf dem Boden. Sie ist eine Razzia. Oh, nein. Oh, nein. Äh, hallo? Hi. Ja? Ich mache hier richtig, äh, silent-mäßig Spionage. Was wäre, wenn mich einer angegriffen hätte? Ich habe alles im Blick. Oh, falsch. Dir wäre nichts passiert, Jasmin. Ich bin quasi direkt um die Ecke. Ah, ja. Ich glaube das nicht so. Sobald du geschrien hättest, wäre ich da gewesen. Genau. Ich habe immer ein wachsames Auge auf dich. Ach, bester Mate. Teammate des Jahres. So, äh, da lang, ne? Warum regnet das jetzt? Das ist ja wie das Wetter, ey. Ja. Also das ist ja ein typischer deutscher Winter nach der Erderwärmung. Äh, Sommer, meine ich. Man merkt auch, dass der Sommer wieder zu Ende ist. Es wird schon wieder dunkel. Oh, ja, erst mal die Tage werden ewig kürzer, denn, weiß ich nicht. Also so wirklich Sommer ist das ja dieses Jahr nicht gewesen. Ne. Das war wie so ein durchgehender Herbst mit ein paar schönen Tagen. Ein paar schöne Herbsttage und dass die Blumen halt blühen. Aber so ein richtiger Sommer. Wir waren nicht einmal baden, wenn du es so nimmst. Im Freibad oder so. Oder am See. Nur ab und an mal einen Pool, aber den können wir auch ein paar bauen. Den baue ich die Tage ab. Hm. Planschbecken. Ja, und den, äh, einmal im Meer, ne? Ich. Du warst ja auch nicht mal da drin. In der wunderschönen Nordsee. Ach, er hier, ey. Ne. Da, 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 da. Ich war da drin. Also mein Trinken ist schon wieder fast leer hier gleich. Was war denn das? Kugelblitz oder was? Ne, das ist gerade so eine Staubwolke gewesen in der Luft. So eine Staubkugel. Das Haus da hinten. Komme ich hier einmal rum, Jasmin? Was meinst du? Ich folge einfach dieser total sicher aussehenden Gasse. Mit haufenweise Fluchtwege. Hm. 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 Bin ich auch irgendwo rübergefahren? Ne. Komm ich dann? Geht das? Nein. Nein. So ich, du, oh, Robotikteile, sehr gut. Ich kann ja mal in dem Haus ein bisschen reingucken, bevor du da bist. Das ist dieses Katastrophenhaus, ne? Ist das nicht das, wo ich letztes Mal so eine Probleme hatte? Das ist doch mal Probleme. Ähm, okay, genauer definiert. Ähm, okay, genauer definiert. Ist das nicht das, wo du mir ausnahmsweise den Hintern gerettet hast? Äh, das öfteren? Äh, ist das nicht das Haus, was so häuslich aussieht? Hm. Wie die anderen? Gut, das ist ein Haus. Ich hab Nitrat. Hm. Und Holz. Ich sollte vielleicht mal vom Messer auf die Waffe wechseln, wa? Hier sind haufenweise Tote und einer davon läuft. Ah. Naja. Hinkt. Humpelt. Ein paar mehr sind gehumpelt. Hinkt. So. Achso. Kriegt er auch was für jetzt eigentlich, jetzt nach dem Update? Ne, ne? Schade. Äh, wenn ich Zombies töte und die abknalle. Ich hab gedacht, vielleicht krieg ich ja mittlerweile dafür Nitrat. Aber dem ist leider nicht so, Jasmin. Hm. Äh, diese Maispulver, das kannst du wegschmeißen, oder? So. Was haben wir hier noch? Schönen Müll. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh, ein schöner Mülleimer. Robotik-Teile, wer schmeißt denn sowas weg, Jasmin? Ja. Du. Ich kann mir bald wieder Peter beleben. Ne, dafür müsste ich Robotik lernen, ne? Das vermisse ich ja gar nicht. Dieses nervige Ding. Wieso? Bringt doch gar nichts. Was? Peter war der Brüller. Er hat erst Bescheid gesagt, wo wir schon wussten, dass da Zombies kommen. Ja, Peter war halt nicht gerade der Schnellste, ne? Ja, der hat sich dir angepasst, ne? Ja, er war ein Funskerl, oder? Ich mein, von der Schnelligkeit. Ja, er war ein Funskerl, oder? Ist ja auch nicht der Schnellste. Ab, Jasmin, bitte. Würde ich noch schneller spielen, da würde man gar nichts sehen, du. Da wäre... Dann würden die Leute einschlafen, ey. Dann würdest du von Seven Days nur noch den Abspann sehen, weil ich es durchgespielt hätte. Mhm. Ein liebes Paar. Susi und ihr Holzfällermann. Ingo. Ingo. Ähm. Ich glaube, Susi hat wieder einen MT drin, ne, du? Sie liegt schon wieder mit einem halben Oberkörper über der Kommode. Irgendwas Bruder ist auch dabei. Ne, wir sind ja irgendwo und ich bin ja auch dabei. Mhm. So, hier ist eine Fackel. Ah, cool. Das ist bestimmt ein Haus, wo man eine Quest machen kann. Wo ist der Affe denn, ey? Phalanke? Mhm. Das ist aber gefährlich. Aber da müsste man schon, äh... Da ist der Matthias, komm, scheiß der Hund drauf. Da müsste man schon mal ein bisschen absichern hier, so eine Bude, weil man weiß, dass es... Oh, um Gottes Willen. Wo bist du denn? In der Hölle. Ja. Ich glänze gerade mit... Ha, ha, ha. Um, halt. Skill. Das heißt, ob man mir die Hand reichen will. Hi, Freund. Reicht mir die Flosse, Genosse. Äh, harter Kerl, so ein Bruder. Ja, das passt zu mir. So, dann wollen wir mal hier die Taschen plündern. So. Äh, bist du schon hier? Ich komme gerade dahin, wo du hin... wo du bist. Ach so, ja, stimmt. Ja, ich kann es ja oben links sehen. Äh... Gebäudewürfel. Gut, dann würde ich draußen mein Fahrrad platzieren. Und dann können wir meinetwegen, äh, loslegen. Mit was willst du denn jetzt loslegen? Äh, mit der Quest, die du machen wolltest. Es gibt keine Quest, mein Wollte, äh, Dings machen. Bluten. Ja, können wir ja bei der Quest... Was soll ich die alleine machen? Egal. Ja, musst du sagen, sonst warte ich noch auf dich, Jasmin. Ich habe erst mal Futter besorgt hier. Ähm, kannst du trübes Wasser... Du hast noch keine Reinigungs-Mod, ne, für deinen Helm? Mm-mm. Dann habe ich das Geschenk für dich. Aber ich sage dir nicht, was ich für dich habe. Das ist eine Überraschung, okay? Ah, ja, okay. Kommst du nie drauf. Nee, bestimmt keine Mod für meinen Helm, wegen trübes Wasser. Nein! Irgendwas übersehen, nö, ne? Oh, was ist denn das? Oh! Oh! Äh, hier im Pool ist ein Safe drinne. Mm-hmm. Oh ja, das gefällt mir. So, warte mal, da muss ich mich mal umschlüppern hier. Wo habe ich denn welche Mod drinne? Da ist ein Dreifach-Gurt. Ob du nicht durchsucht hier. Äh, Dreifach. Mülleimer nicht durchsucht. Mann, 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 da. Ähm, ich... Nee, ich bin ja auch direkt zu deiner Quest gefahren. Bist du in einem weißen Haus? Nee, nee, das ist weiter weg, oder? Oh, 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 Jasmin, ich hab was Tolles für dich. Du wirst dich freuen. Bist du rein zufällig das da? Immer mit gezogener Waffe. Ja. Du siehst so lustig aus, wenn du läufst. Geronimo! Ja, genau. Gleich eine Minute drauf. Mm-hmm, ist klar. Also hätte ich ein gebrochenes Bein, würde mir das nix ausmachen, aus zwei Metern Höhe zu springen. Just saying. Wo bist du denn jetzt? Gut, kannst du mal stehenbleiben, Junge? Ah, wieso, ich bin die ganze Zeit... Hallo? Hey, wo bist du denn? Hä, wieso, ich muss hier Vorräte zusammen wegbringen. Bist du bereit für deinen, äh... Das ist deine Quest. Bist du bereit? Das ist deine Quest, ne? Nein, hier. Ja, das ist für dich. Trotzdem deine Quest. Hast du nicht, äh, bring die Vorräte zurück? Ja, die musst du doch zum Händler bringen. Ach, wow, stimmt, ja. Hier eine Quest haben wir schon fertig. Gott, lieber Gott. Ja, dann lass die hier doch... Wir sind doch sowieso hier. Machen wir die hier auch noch schnell. Nein, nein, nein. Kann ich nicht. Ich glaube, ich muss erst aktivieren, abwarten. Ja, erst müssen wir die Vorräte zurückbringen, wahrscheinlich. Sind wir auch Verbündete? Ich kann eh drücken. Äh, okay, ich nicht. Bitte schön. Hab ich jetzt... Wenn du weggehst, könnte die Quest vorbei sein. Äh, hätte ich die jetzt nochmal extra auswählen müssen? Keine Ahnung. Du und deine Quest, ich sag gar nichts mehr. Du checkst das auch irgendwie nicht. Nö, ich komm da immer durcheinander. Abholen. Ne, ist ausgewählt. Geh weg. Hm. Mein Gott, dieser Typ, der steht nur im Weg hier. So, ich, äh, die Leichen, du die Toten. Äh. Muuuuh, grüner. Laden. Ich muss laden. Ja, ich muss laden. Nur, um nochmal sicher zu gehen, der zittert nämlich noch. Ja. Okay, das haben wir geschafft, Jasmin. So, ich nimm mal das Gammelfleisch hier mit, ne? So, äh, Müll. Geht der Hilfe? Nö, nö. Es war nur ne Frau. Hm. 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 Das nächste Mal, wenn einer mit orangenen Augen mich wieder angreift. Hilf mir, Jasmin. Schon wieder Robotik-Teile. Möchtest du denn auch einen Peter haben? Nee. Ich werde dieses Gefühl nicht los, dass du Peter nicht magst. Der ist irgendwie... Weiß ich auch nicht. Oh, für Gottes Willen. Mem, das ist, glaube ich, nicht so gesund, darunter zu springen. Den komischen Leuchteauge da. Und wo ist denn diese doofe Tasche jetzt hier? Oben und unten, glaube ich, ne? Ja, boah. Du stellst Fragen. Was war denn das denn? Höh, hör, hör, hör. Blöder. Blöder ist das. Ich bin im Klo. Hm, okay. Hä, du stehst da draußen. Was war das jetzt für einer? Oh Gott. Oh Gott, das warst du. Hör auf damit. Ich weiß nicht. Was war das? Das ist so ein... Ah, der kann nicht mehr laufen, der Trottel. Haha. Er hat ein Bein verloren. Guck ihn dir an. Das war einer, der so ein Megafiel aushält. Du bist ein Schisser, ehrlich, ey. Ne, ich nicht. Oh, hier war ich noch gar nicht. Oh, das wusste ich nicht. Kann ich das jetzt benutzen? Nein. Irgendwo ist es... Irgendwo müsste hier eine liegen. Hm. Vielleicht irgendwo hinter irgendwelchen Bildern? Hupf. Nein, das dauert doch zu lange. So. So. Kleidung. Jetzt ist die Tasche dort. 5,7 Meter. Aber es könnte auch hier unten sein, ne? Wo? 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 Ich hatte dich krasser in Erinnerung. Okay. Das war kein Problem. So. Was haben wir denn hier schönes im Coupé? Blei und Knochen. Blei und Knochen. Geil. Gammelfleisch. Jetzt kommen die geilen Kisten. Mitnehmen. Scheiße, ich bin voll. Du hast die Taschen noch nicht gefunden, ne? Äh. Hm. Aber jetzt. Wo war sie? Ganz voll. Ach, scheiße. Ja, ja, ja. Hier. Und am Boden. Hast du jetzt deine auch gefunden? Äh, nee. Ich muss 5,6 Meter in die Richtung. Ja, da auf dem Boden, vor dem Fernseher. Ah ja. So. Äh, in der Garage sind noch Sachen, wenn du die mitnehmen... Ich bin voll. Wird ja sein können, dass du die auch hast. Hey. Wollen wir jetzt zum Händler? Nein. Diesmal nicht, Jasmin. Wieso bist du so schnell, wie ich bin? Nix da. Diesmal bin ich Erster. Nein. Fahr doch. Okay, ich hab keine Ausdauer mehr. Los. Lauf dahin. Lauf dahin. Oh, geil. So, äh. Oh, kacke. Jetzt kann ich hier nix auswählen, weil... Was schmeißt du da raus? Gar nix an. Ähm, was soll ich mitnehmen? Geschmiedeten Stahl, Antibiotika geschmiedeten Stahl. Also. Äh. Darf ich dein Inventar sehen? So, pass auf. Erstmal verkaufen, ne? Der ist kein Weg. Ähm. Scheiße. Ich hab jetzt fast alles im Fahrrad. Äh. Ja, was soll ich denn jetzt nehmen, ey? Also, Pflasterstein, ähm, variabler Formhelfer, Werkbank, geschmiedetes Eisen, Ackerbaupaket, 02, Bonus, Dorfrüstungpaket. Äh, fragst du mich jetzt oder hast du nur laut gelesen? Okay, ich hab nicht zugehört. Was denn? Echt? Was ich nehmen soll davon? Ja, was hast du denn zur Auswahl? Alter. Pflasterstein, variabler Formhelfer, Werkbank, geschmiedetes Eisen, Ackerbaupaket, 02 steht da. Und Leuchterfrüstungspaket. Weiß ich nicht, Ackerbau? Da könnten ja Samen wieder drin sein, ne? Ja. Was weiß ich. Ich entscheide still. Genau. Das ist das Beste. So, ich muss mal zu meinem Fahrrad. Und das ist alles, was du kaufen. Äh, wir müssen mal hier so ein bisschen hin und her tauschen. So, das brauch ich da. Das, so, das würde ich verkaufen. Das kann weg. Das können wir auch gleich verscherbeln, wenn wir schon hier sind. Ähm, ah, ich hätte es verkaufen können. Ja, das war jetzt sehr intelligent von dir, Jasmin. Sehr intelligent, dass du mich so beeinflusst hast, dass ich das Buch gelesen, statt zu verkaufen. Nein, jetzt braucht die wieder 100 Jahre in diesem verdammten Kaufmenü. Das, 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 das muss irgendwie gefixt werden. So, weiß ich nicht. Mit einer frauenfreundlichen Übersicht, damit Frauen auch relativ zügig shoppen. Du, du kaufst hier ein, als wenn wir einkaufen sind. Oh. Das ist so unfassbar, das ist. Mein Gott, da könnte ich alle Harry-Potter-Bände durchlesen, bevor du fertig bist. Ja, mach doch. Hast du ja nicht mal. Nee, das stimmt. Ich hab halt so wenig Platz jetzt. Warum? Was ist los, du Affe? Ich wollte nur was ausprobieren. Kannst du mal einsammeln, bitte. Ja, ja. Kannst du ja vorher mal testen. Ey! Du hast mir Scham zugefügt. Entschuldigung, ich wollte es nur mal ausprobieren. Genau, ich wollte es nur ausprobieren. Ich hatte da so einen leichten Gedanken, wie ich ein bisschen schneller... Pass mal auf nachher, ey, mach ich dich fertig. Bin da, ey. Ups. Aber wie du genickt hast. Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Da muss ich dich ja den ganzen Tag verkloppen. Mach mir die letzten 10, die ich noch kaputt, die ich noch habe. Da bleibt nicht mehr viel. Nimm mich denn, ey. Ups. 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 Er hat irgendwie nicht so viel Auswahl. Finde ich. Ne? Hm. Ja, ja. Ah. Aha. So, ich habe hier noch ein bisschen was zu verkaufen. Das. No, Sir. Wieso schießt du auf mich? Hast du jetzt auch Schaden? Nein. Sollte ich? W- Ey! Aua! Ja, ich kriege Schaden. Ey, ich habe nur 91. Ich habe eben, bist du doof? Ja. Tito. Rasse, ey. Nee, 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 nee. Altes Spielkalb, du. Kann ich mal einen Ambus kaufen? Könnte ich gebrauchen. Getämmert. So, ich nehme jetzt noch keine Quest. Hast du eine Quest angenommen? Hä? Ja. Habe ich. Was ist denn damit eigentlich abgeschlossen? Aber ich will jetzt erstmal hier looten gehen. Vielleicht finde ich... Ach, ich habe ja gar keinen Platz mehr für... Ich kriege mein Fahrrad hier nicht mehr weg. Und die ist so blöd, hier die Tür reinzukommen, ey. Aha. Ja, manche Frauen verlieren bei diesen Toppreisen echt den Kopf, ne Jasmin? Na ja, du machst das schon. Na wieder habe ich dir den Hintern gerettet, ey. Hä? Ne, ich bin angehalten. Ich bin angehalten. Ja, ich wollte den erschießen. Ich hatte mein Gewehr zur Hand genommen. Ich bin angehalten. Ich bin mit meinem Fahrrad angehalten. Ich habe angehalten. Jasmin, das ist so falsch. Auf so vielen Ebenen. Deiner Ebene. Hm. Man kann sagen... Also... Wir hören immer wieder zwei verschiedene Formen, wenn man sagen möchte, dass man irgendwo angehalten im Sinne von stoppen ist. Erstens, ich bin angehalten. Oder zweitens, ich habe angehalten. Was ist jetzt nicht ernsthaft gegoogelt? Die Designform wird verwendet, wenn man sich um Bewegungsverben... Ja, jetzt kann ich nicht weiterlesen. Dann müsste ich das jetzt öffnen. Was? Ich habe das nicht gegoogelt, Jasmin. Ich habe nur geguckt, ob ich sagen kann, ich bin angehalten. Ich bin angehalten. Ich habe es tatsächlich wirklich nicht gegoogelt. Ich habe es gebingt. Ich war jetzt gerade nicht in Google. Alles das Gleiche. Jasmin, bitte. Das sind komplett unterschiedliche Welten. Im Vergleichsgrade... Oh, die machen dein ganzes Dings kaputt. Warum? Halt sie auf. Sie schreieren. Ja, genau. Wieso schlagen die denn meine Hütte kaputt? Da ist doch nichts drin. Die hat doch einer eine Marmel. Oh nein, hier ist ja noch eine. Ja, da sind zwei. Die hat da schon ein ganzes Loch eingeschlagen. Ja, hast du beide? Ja. Aber warum? Ich habe doppelt einen Boden. äu. Und. Ja. Ja. iu. Na. Oh. Ja. so hat sie das getan was ist das für ein mensch muss ich jetzt hier außenrum noch ein tiefer so ungefähr das ist ja mega ich bin noch nicht mal fertig und die zerstört hier wieder 90 prozent von meiner aufbaute ich lasse das mal so und guck mal ob das was bringt wenn das was bringt würde ich noch breiter ausschaufeln einfach nur damit es vernünftig aussieht wenn das nix bringt dann muss ich mir da was einfallen lassen das finde ich jetzt ein bisschen da muss ich ehrlich sagen das enttäuscht mich ja schon ein bisschen was ist das für eine ki wie herzlos jasmin hast soweit glaubst so fangen wir doch erstmal an die die mod raus mod waffen teile das kommt raus das kommt raus drohnteile habe ich noch nicht dabei hier haben wir noch eine mod ich würde sagen ich gehe einmal alles durch und sortiere dann das aus was ich wieder das ein was ich wieder brauche so 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 ich habe noch 25 patronen hülsen wo soll ich die denn hinschieben hinschieben äh bei dem patronen munition erstmal rein ok das habe ich getan schießpulver dann auch ja ja alles was munition ist leichter rein ok geschossspitzen wo willst du die haben soll ich die nitrate auch ein stopfen jep 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 äh ok das habe ich getan jetzt will ich gegangen sein äh ich muss mir mal eben hier was einstecken so wohnen jetzt hier die federn nochmal aber auch nur auf der anderen seite ist hier der boden ne der ist hier höher aber hier ist halt noch so ein hügel gewesen ne vielleicht war der ja das problem dann also dann toll Äh, habe ich alles für Pflasterstein? Wenn ich dieser blöde Helmort nehme, dann habe ich kein Licht mehr. Äh, was hast du denn für einen Helm? Ein Footballhelm. Äh, nee. Stufe 2? Ja. So, ich habe Stufe 5. Äh, haben wir vielleicht noch irgendwo einen besseren Helm? Hier. Nimm mal den hier. Da kannst du dein Licht reinmachen und die Trink-Mod. Ah, ja, den hatte ich ja sonst auch. Äh, das. So. Biba, biba, biba. Aber ich würde sagen, ich baue denn lieber erst den Bunker weiter, als dass ich hier weiter schalte. So. Kann ich hier noch ein bisschen wegnehmen vom Rang? Das sollte genügen, Tim. Was machen unsere Schmieden? Was machen unsere Schmieden denn? Und Kisten wollte ich hier ja auch noch machen, ne? Dafür bräuchte ich Nägel. 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 Aber wir wollten ja jetzt nicht die Basis bauen. Aber eine Kiste könnte ich mal machen, dann kann ich mein Werkzeug da reinschmeißen. Ähm. Und es regnet schon wieder, ey. Herrliches Wetter. Das tut dem Boden so gut. Es hat so wenig geregnet dieses Jahr. Ja. Ich mach mal zwei Kisten. Äh. Eine beschreibbare Aufbewahrungskiste. Äh. Und? Ich habe doch noch. Da ist er. Der Bude. Achso. Hier. Ich hab die Taschen noch voll. Warte mal. Äh. Das kann er rein. Ne. Warte. Erst die Kisten und erst aussortieren. Sonst stehe ich wieder da, wie der letzte Jürgen, du. So. Äh. Du hast Großauftrag. Warte mal. Okay. Das geht nicht. Ich muss. Ah. Das ist ein bisschen schneller, ne? Dann würde ich, solange wie die draußen noch durchkommen könnten. Die Kisten erst mal noch hier oben setzen. Ähm. Können wir hier einfach anfangen, gleich einsortieren. Und da setzen wir rein. Und da setzen wir rein. Und da setzen wir rein. Und da haben wir das nämlich auch erledigt. Oh. Diese Sortierei, Jasmin. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Das müssen wir noch wegsortieren. Das behalten wir. Die Bauform hätte ich eigentlich auch wegpacken können. Das ist fast soweit. Jetzt noch Kleber und Klanzenfasern. Geil. Haben wir alles wegsortiert. So. Wegsortiert. Bisschen gequestet. Heute sind wir natürlich wieder. Ich habe natürlich genau auf die Zeit geachtet. 48 Minuten. Ähm. So. Dann denke ich mal. Nächste Runde können wir noch ein bisschen looten gehen. Und dann werden wir uns höchstwahrscheinlich wieder der Bauphase widmen. Vielleicht aber auch nicht. Das findet ihr nur heraus, wenn ihr einschaltet. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Alles macht's gut. Ciao. Lass gern ein Like da. Ja.